hallöchen freunde servus grüßt euch so wir müssen in der heutigen folge ein bisschen stahl finden meiner meinung nach meiner persönlichen meinung nach wir haben hallo kaltstein neun von den dingern wir brauchen auf jeden fall stahl na kollaps ach der kann ruhig draufgehen das ist scheißegal warte mal wir haben verfügbar aktiv historisch verstärkter lauf überfahrt von hier weg springe zu gelandetes raumschiff wo bin ich denn da ne oh mein gott viel zu weit weg versteckt mit waren weißt du was einfach mal zum start der folge karawane dahin akzeptieren und dann nehmen wir mit äh willox und wieso kann ich den nicht mitnehmen und die beiden hä was ist denn das kein plan den und die beiden reisevorräte nehmen wir mit damit ihr auch nicht damit wir nicht das problem haben dass sie alle verhungern oder die kolleginnen oder die kolleginnen 40 davon nehmen wir so ein 20er stick mit tagesration 13 tage sollen die damit auskommen das soll ja wohl reichen machen wir mal entsenden anderthalb tage warte mal hier 2,3 Ja, wir brauchen Stahl aus genau diesem Grund. Okay, die sind los. Ich hoffe, hier gibt es auch Stahl. Wir brauchen eigentlich ziemlich viel Stahl. Damit wir den Kollegen bauen können. Plus den Kollegen bauen können. Plus den Kollegen. Alter, wir brauchen so viel Stahl. Ich lasse das jetzt erstmal so laufen. Und dann würde ich nebenbei... Die Felder sehen ja schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Ah, cool. Silber. Guck mal. Zum Versteck mit Waren. Ja, alles klar. Kein Problem. Ich war gerade am überlegen, ob ich hier jetzt auch noch Regale reinräume. Was? 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 Eine kleine Herde Thomas ist in der Region gewandert. Diese seltenen Kreaturen sind von Natur aus friedlich. Allerdings können sie auch sehr gefährlich werden, wenn sie angegriffen werden. Einige Händler sind bereit, eine betrachtliche Summe für ihr wertvolles Leder und Fehlhorn zu zahlen. Die Thomas werden im Gebiet einige Teige grasen. Ach, die Dinger. Alter, 98. 153. 153. Kann man die... Wie sieht das denn aus mit dem Einfangen hier? Steht gar nichts. Äh... Trainierbarkeit gut. Habe ich doch irgendwo mal gelesen... Ernährung... Oh, hier. Mindestrufe Tierpfleger. Alles klar. 10. Habe ich nicht. Ähm... Damit wir nochmal darauf zurückkommen. Ich war am überlegen, ob... Ich hier Regale reinräume oder ob ich den erstmal hier buddeln lassen soll. Ich glaube, ich lasse den erstmal buddeln. Sandsteinfrucken. Nahe Kollaps. Ja, weil er sein Zeugs da nicht kriegt. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall hier Kühldingsbums. Sonst kacken wir ab. Was ist denn das? Jade. Oh, nice. Keul aus Holz. Müll zerfallen. Okay. Wie sieht ihr aus? Ja, hallo? Hallo? Wachstumwolle 22. 24. Ist halt noch die Frage, wie man die... Wolle so da rausbekommt, ne? Also von den Viechern. Das weiß ich natürlich auch noch nicht. Oh. Das ging ja flott. Oh, das ging ja echt flott. Waren. Was ist denn das? Ein Luchs. Wand aus Stahl. Große Stähle aus Schiefer. Kalkstein. Oh, hier. Oh, die hat keine Waffe mit, ne? Fuck. Das ist natürlich richtig scheiße. Ich hoffe, hier sind keine Gegner. Brr. Waffe Pistole. Ah, fuck, ey. Warte mal. Das lade ich jetzt nochmal. Ah, ich habe jetzt gar nicht an eine Pistole gedacht. Aber es funktioniert schon mal. Kann die überhaupt schießen? Warte mal. Bio. Oh. Ich bin dem Giggles. Ich bin dem Giggles. Ich bin dem Giggles. Aber wir haben ja selber gemerkt, es geht recht flott. Und von daher, äh... Äh... Giggles. Bum, bum. Waren. Äh... Emsle. Kartoffeln gehen wir mal auf 50. Die sollen ja nicht verhungern. Bum und bum. Geht auch mit. Bum. Das geht ja recht zügig. Also, ist ja jetzt nicht so... Haben wir nochmal Schwein gehabt. Auf gut Deutsch, ne? Das ist cool. Ein Muffalo wurde zu haben. Nice. Geil, wir haben einen Muffalo. Da hat sich der Spielstandladen doch nochmal gelohnt. Auf jeden Fall Stahl, Alter. Das nützt nix. Hm. Hierfür brauchen wir definitiv Stahl. Da kommt kein, äh... Da kommen wir nicht drum rum. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Wir brauchen diesen Kühlapparat hier. 30 Grad. 32 Grad. Aber hier ist auch draußen, weil jetzt die offen ist. Aber da soll er jetzt so ein Kühlgedöns feiern. Hoffentlich. Oh, da gibt's Jade, glaube ich, ne? Jade, ja. Also, wir brauchen ungerechnet 100... Die ist eigentlich auch Struktur, Band, Rump. Die ist eigentlich auch Struktur, Band, Rump. Bumm, zum Ortsspringen. Bumm, zum Ortsspringen. Äh, äh, das ist eigentlich auch Struktur, Band. Ähm, das ist die erste Frage. Äh, das ist die erste Frage. Äh, das ist die erste Frage. So. Okay, Ace. Hausfrau. 59. Viel zu alt. Aber die ist gut in Medizin und Intellekt. Sorgfältiger Schütze. Oh oh. Das wird übel. Nice. Gut, das haben wir erledigt. Was haben wir denn hier? Beruhigungsimpulsgeber. Passive Kühlung. Wand aus Kalksteinen. Abweißen. Bauen, bauen. Okay. Ja. Okay, alle pennen. Okay, ist okay. Warum sagt die, die werden jetzt nicht vom Luchs hier angegriffen? Verletzt ist nicht schlimm. Der kann ruhig sterben. Kein Problem, der kann ruhig drauf gehen. Ah gut, er baut ab. Sehr gut. Ah, 100 Stahl kriegen wir nicht. Medizinischer Notfall. Ach so, er. Scheiß auf ihn. Ja. Boom, boom. Boom. Schiefer Blöcke kriegen wir da raus. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel Stahl wir hier kriegen. Okay. So geht's nicht. Muss ich jetzt alles so ansammeln, oder was? Das ist jetzt ein bisschen nervig. Stahl 32. Stahl 32. Ah gut. Können auf jeden Fall 100 werden. Okay, so geht auch nicht. Ich lade drei alles in den Last hier. So, die ist voll. Fallen lassen. Aber wie lade ich das jetzt? Jetzt könnte ich alles fallen lassen. Bumm. Lade Stahl auf Last hier. Okay. Er ist auch schon voll jetzt, oder was? Er ist auch schon voll jetzt, oder was? Ich glaube, ich habe ihn noch zwölf. 43 Stahl. Wo ist denn mein Ziegenbock? Okay, Ziegenböcke können nicht stören, okay, gut zu wissen. Und er ist voll, okay, 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 wie sieht es bei dir aus, du bist, kannst du noch ein bisschen was tragen, wir müssen jedes bisschen mitnehmen, 19 hat er schon mal da müssen wir diesen, ähm, dieses eine Viech mitnehmen, ähm, diesen komischen Bullen oder was das für Dinger sind, aber könnte reichen, dass wir alles Stahl mitkriegen, reicht, saugeil, kriegst du die auch noch mit, ne, schade, okay, das war doch schon ganz gut, würde ich sagen, wie schließe ich die Mission jetzt ab, Psychoberuhigungsimpulsgeber, wir haben geheime Funksprüche abgefangen, aus denen hervorgeht, dass in der Nähe von Haupt wertvolle waren, im Gesamtwert von 600 gelagert, die Sammlung besteht aus, Psychoimpulsgeber, war hier nicht drin, wo soll denn der sein? Was soll denn hier ein Psychoimpulsgeber sein? Das checke ich nicht, diese Mission hier. Weil man kann ja nochmal irgendwo hier rein, kein Plan, Leute. Malaria. Malaria. Muss behandelt werden. Ja, dann würde ich sagen, äh, schnell nach Hause, wa? Nehme ich das jetzt mit oder nicht? 126 Stahl haben wir. Ich hoffe, die überlebt. Wie sieht's hier aus? 92 Jahre, nicht schlecht. 126, da kommen wir nicht weit mit, ne? 90, da müssen wir direkt weiter. Da warten wir, bis die beiden geheilt sind und dann reisen wir direkt weiter zum nächsten Versteck. Wir haben keine Mahlzeiten mehr, nice. Ein Maffalo wurde zahm. Noch einer? Nice. Können wir die beiden gleich direkt mitnehmen? Die können doch bestimmt richtig viel tragen, oder? Da muss man gleich mal gucken, wie viel die so tragen können. Okay, er ist tot. Ja, das ist jetzt kein großer Verlust. Okay, er forscht. Haben wir keine Gräber mehr, oder was? Ja, ja. Die müssen wir gleich warten, bis die, äh, saugen. Nice, Stahl. 16. Nice, 16 Stahl gefunden. Aber er hat den Tunnel gleich fertig. Das ist gut. Noch mehr Stahl, nice. 46. Reicht aber trotzdem noch nicht, glaube ich. Was haben wir hier? Marmorbrücken. 46 Stahl. Ui. Hat er das schon irgendwo reingeballert? Steinen wir jetzt aus Holz. Hier sind auf jeden Fall Stahldinger drinne. Hier hat er 90 Stahl schon drinne. Gut. Geil. Guck mal, dann kriegen wir die vielleicht fertig. Schmelzrufen, das wäre auch nicht schlecht. Dann könnten wir diese Scheiße, die hier drinne ist, verschmelzen. Na ja, wer weiß, vielleicht reicht's ja. Das war nicht. Konstruktion verbockt, toll. Einige Ressourcen verschwendet. Was? Komm, du bist gleich durch. Sehr gut. Vielleicht reicht's am Ende ja doch. Geil, jetzt können wir das hier einstellen, ne? Was wäre denn die beste Temperatur hier drin? Verrückter Muffalo? Oh, Leute. Menschenjäger. Leute. Äh. Scheiße. Ryo darf nicht sterben. Oh oh. Nie läß es durch die Musik zum Beispiel. Ich habe das hier noch mal im Publikum. Die Musik. Geht's. Die Musik. Die Musik. Die, die Musik. Die Musik. Die Musik. Na komm schon Jetzt stirb endlich So geht doch Halt Ja komm scheiß drauf Bum Wie weit seid ihr? Oh ihr seid jetzt sofort da Perfekt Wunderprächtig Verweigert sozial Kannst du mal ganz kurz mit den quatschen? MP-Granate Keule aus Stahl Durchbruch-Axt aus Stahl Eine Kognition aus Keil Und stabilen Griffbefehl Gegen menschliche Feinde Ist die Axt verweigert? Wenige effektiv Eine Erfahrung zum Einreißen Oder Aufbauen von den Strukturen Okay MP-Werfer Impuls-Lanze Speer-Helm Geil Komm wir kaufen einfach was Um Bonus zu kriegen Warte mal Positive Zahl ist Einkaufen Äh wo ist er? Da Was machen wir denn denn für ein Geschenk? Bumm Hat er denen jetzt ein Geschenk gemacht? Keine Ahnung Auf jeden Fall brauchen wir einen größeren Stall Äh Yes Leute Geil Generator Ähm Wir stellen den Generator einfach mal ein Auf Auf Ah ok Zurücksetzen Auf 0 Grad kühlen wir das jetzt einfach mal Hat das Ding denn Strom? Hat das Ding denn Strom? Läuft das? Scheint zu laufen ne? 10 Grad 9 Grad Scheint auf jeden Fall irgendwie zu laufen Brennstoff Ok Ok wir haben Mein persönliches Ziel haben wir erreicht Wir haben ne Karawane losgeschickt Wir haben ähm Erfolgreich zurückbekommen die Karawane Und wir haben endlich den Generator und den Kühlraum fertig Ist für mich sehr geil Und wir haben tatsächlich fast hier den Durchbruch so gut wie geschafft Haben zwar jetzt ein paar leichte Verletzte Aber damit kann ich umgehen Damit das kriegen wir glaube ich geregelt Und würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Und bis bald Tschö mit Ö Tschö mit Ö Tschö mit Ö